So, und dann sind wir wieder bei Tales of Grace. Äh, letztes Mal haben wir von den Drachen gewaltig auf die Fresse bekommen. Und jetzt wollen wir unsere Revanche haben. Und diesmal werden wir ihn noch packen. Genau. Hier sind wir jetzt noch ein paar Jeträ交, oder? Die doivent, in Pierce較 viel Spaß … Ja, wir machen hier Kirby es ... Nicht, dass wirgins immer Dreck Graciasratos ihn nicht benamar. Ich werde . Ich kann mich auch mit dem Bison abnehmen. Aber ich meine, ich habe doch nicht mehr Ich kann das mal Ich habe mich nicht mehr Ich habe mich nicht mehr Ich habe mich nicht mehr Ich bin auch nicht mehr Wie alt er eigentlich? Hohenbarer Kuchen. Oh, das ist doch nicht so, ich bin so, ich bin so. Das ist doch nicht so, ich bin so. Ich bin so, ich bin so. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 BUN PIXIE CIRCLE 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber du hast ja nicht mehr Aber du hast ja nicht mehr Entschuldigung! Entschuldigung! Drei! 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 W3 Assist me, how ок PMANUSCHOCK! Drei! Eặcarne Turret35! No escape! Enter campus! Drei! Drei! V Spiel! Einmal ausweichen, das war's für mich. Einmal ausweichen, das war's für mich. Ich hab mich einfach mit der Fireattacke zu tun. Das war's für mich. Kommt ey, der hat jetzt noch. No, not my thing. I've killed everyone. Let's go. Ah, they don't fix all of it. PIXY CIRCLE! I'm not able to bring the point of the sea to me to the river. PIXY CIRCLE! Light takes care and I'm free if I burn. Rejuvenate! PIXY CIRCLE! Sorry about that. Okay, hold it right there! Infernal current! Let destruction reign! PIXY CIRCLE! Enter the Abyss! What? PIXY CIRCLE! PIXY CIRCLE! PIXY CIRCLE! PIXY CIRCLE! Okay, plasma shock! God! Transipor baron, give a name something. Then, an update. PIXY CIRCLE! PIXY CIRCLE! PIXY CIRCLE! PIXY CIRCLE! PIXY CIRCLE! PIXY CIRCLE! Gather the line of the Son-ini-street-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. PIXY CIRCLE! Okay, Infernal Torrent! Let Destruction Rage! I beseeched you to get your rebirth. Named you up. Yeah, please, yeah. Let Destruction Rage! Burn! Let Destruction Rage! Let Destruction Rage! Exception in my fist! Pixie Circle! Dance! Incy! Draw! Drive get through! Okay, they could beat him. Take action! Er wird ein Stärkchen geben. Ich habe das Kappen schon geholfen. Das war's für heute. Infernal Torrent. Das ist wichtig. Die jetzt. Ich bin der Leise aufgerufen. Ich bin der Leise aufgerufen. Mit jedem Schritt, ich bin immer stärker. Ich bin immer stärker. Oh, okay. Ich bin immer wieder aufgerufen. Da schnee ich mal viel. Wow. Ich bin Vorpravivir, einer der Koma-Drachen und Wächter des Eels. Als ich erschaffen wurde, ging ich auf dieses Land hervor, um all deinem Beschützer zu dienen. Hast du eben erschaffen gesagt? Weißt du dann vielleicht auch, wie dieses Land entstanden ist? Am Anfang war die Welt lediglich eine einzige Farbe. Dann begann Vorpravivir, Feuereld zu sammeln. Daraufhin wohl dieses Land ein Ort des Schnees. Also ist das Valkenius Kyras verantwortlich für Pendels winterliches Wetter. Das heißt, hier wird es wärmer werden, jetzt wo das Valkenius nicht mehr funktioniert? Falsch. Was? Erst als alle drei Valkenius aktiv waren, obwohl es aus diesem Land ein Ort, an dem Leben existieren konnte. Valkenius Kyras sind für diese Welt von essentieller Bedeutung. Sie sammeln älter aus ihrem Kern und bewahren so das Land. Hitze, Licht, Kette, Dunkelheit. Wenn die Valkenius Kyras verloren gehen, dann geht alles mit ihnen unter. Wie meinst du das? Verstehst du, was er meint, Pascal? Er will damit sagen, dass unsere Welt ohne das Els nicht mehr dazu in der Lage sein wird, Leben zu erzeugen und zu erhalten. Frau Branier hat Finte also gleichzeitig geschadet und es gerettet. Wenn die Valkenius Kyras ihre Arbeit nicht verrichtet, wird dieses Land wieder ein einziges Fahrwerk annehmen. Meine Aufgabe ist es, über das Valkenius zu wachen, nicht das Leben zu schützen. Wenn dieses Land nicht mehr gebraucht wird, wird es eben aufgegeben. Ich lasse euch die Wahl. Wollt ihr eine lebendige Welt oder wollt ihr den Tod? Wir haben keine Wahl. Wir werden alles herausforderungen, trotz die diese Welt in sich umwirkt. Deine Entschlossenheit ist bewundetwert. Hier, nimm das. Vergiss diese Entschlossenheit nicht, Menschen. Denn nur Entschlossenheit kann euch jetzt noch retten. Fabricus Kyras, ein Beweis für den Sieg gegen Frühbräferlern. Wird sicher mal irgendwann nützlich sein. Ob wir die nützlich sein werden, keine Ahnung. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Auf jeden Fall speichern wir und dann beenden wir auch schon den Parkplatz. Und dann wird durchsagen, dass ich das nächste Mal dann zu Fendel's Ruine nochmal. Nicht Fendel's. Die Wüsche haben schon die eine. Eine Ruine, wo der andere war, wo wir noch nicht plattgemacht haben. Haben und verbruchten, ob er da jetzt, ob er jetzt da auftaucht, der Drache. Also dann bitte nicht mal bei. Tellt auf Greatest F. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.